teil nummero 2 im englischen hier geht es weiter mit kurzwein sender 21 mhz mir ist ja im vorherigen video die zeit abgelaufen oder ausgelaufen wir haben uns die oberwellen angeschaut im schnelldurchlauf wir haben zwei verschiedene pegel das gehe ich jetzt noch mal durch wir haben zum einen die oberwellen gemessen an 50 ohm muss ich nur kurz meine ganzen diagramme erholen so wir haben zum einen die oberwellen an 50 ohm gemessen wenn ich jetzt noch mal eine zeichnung finden würde wäre das toll ja genau also ich habe zwei tests gemacht ich habe seht ihr im vorherigen video ich gehe es noch mal ganz kurz durch ich habe den sender über ein geschirmtes kabel und einen 50 ohm abschluss mit einem abschwächungsglied an meinem empfänger verbunden und da sehen wir schon dass die oberwellen nicht wirklich gut unterdrückt sind 42 ist genauso stark wie 21 bei 63 wird es ein bisschen stärker unterdrückt bei 84 und 105 haben wir eine gute unterdrückung aber auch diese sachen setzen sich fort und ich habe den eindruck wenn man das beobachtet je nachdem in welchem arbeitspunkt der transistor betrieben wird ändern sich auch die oberwellen ja mit geringer leistung haben wir bei 126 eine oberwelle und mit hoher leistung haben wir bei 147 auf einmal eine oberwelle und die 126 ist schwächer da gibt es noch eine dritte seite aber ihr bekommt eine ahnung wie das ist ich mag das nicht noch mal durchgehen weil eben die zeit so kurz ist 15 minuten 15 minuten ist sehr schnell bei sowas das ist schon wieder vorbei ist okay dann habe ich einen zweiten test gemacht habe den sender auf dem stuhl drauf gestellt mit einer 70 cm teleskop antenne habe den senden lassen und dann habe ich zwei tests gemacht einmal nur batterien und audiokabel ein meter als hf gegengewicht und einmal mit pe und dem pe habe ich quasi eine steckdose kennt ihr diesen erdungsanschluss über ein geschirmtes kabel habe ich dann die steckdose an masse von dem sender angeschlossen um ihnen gegengewicht zu geben und das ist nur eine wiederholung noch mal eine auffrischung wie gesagt ohne pe das ist das falsche bild da haben wir bei 21 megahertz fast gar kein signal bei 42 wird stärker denn maximum haben wir bei 63 und völlig durch die decke in anführungszeichen geht es bei 147 wenn ich aber dann den erdungsanschluss anstecke dann passt sich das ganze an und es sieht zumindest so ein bisschen so aus wie so ein diagramm sein sollte mit dem pe haben wir hier bei 21 und 42 immer noch oberwellen aber dann wird schwächer dann geht es hier wieder nach oben so als nächstes darum geht es erst mal nicht mehr möchte ich noch den audio teil eines transmitters erklären beziehungsweise ist es so bei am sendern gibt es das snr signal noise ratio und das sollte möglichst gut sein in anführungszeichen denn umso weiter ihr euren empfänger von dem sender weg bringt umso größer wird es rauschen wenn jetzt die musik also die modulation recht leise ist dann passiert folgendes wenn ihr eine gewisse distanz zwischen eurem sender und dem empfänger habt dann ist das rauschen so stark dass ihr von eurer tonquelle von eurer musik kaum noch was hört in dem kapitel sender ton audio beschäftigen wir uns nun mit der audio qualität des senders vorweg je nachdem wie man den sender betreibt und was man erwartet hatte einen ganz akzeptablen klang die eingangsstufe ist so bemessen dass sie ein für den betrieb des senders angenehmes klangniveau erzeugt aber wir haben natürlich hier wieder viele sachen wo stefan wieder was gemerkt hat wie messe ich sowas ja das problem ist wenn ich das vorführe ist es sehr schwer vorzuführen weil die heutigen kameras in agc haben das heißt wenn ich leise rede machen die die mikrofon empfindlichkeit hoch und wenn ich laute dann machen sie es runter und so gleichen diese kameras auch tonschwankungen aus das heißt ihr hört nicht in so einer kamera ob was lauter oder leiser ist deswegen habe ich hier einen versuchsaufbau gemacht ich habe wirklich viel arbeit in dieses projekt reingesteckt auch wenn ich jetzt hier bloß ein paar ergebnis grafiken habe aber die person hat mir den sender geschickt und ich wollte ihn halt einfach so analysieren dass die person dann zufrieden ist ich habe hier einen testaufbau wie man sowas misst wir haben ein signal generator früher wird sowas üblicherweise mit 400 hertz gemessen der gibt ein sinus signal raus das gebe ich auf meinen sender das wird von einem radio wieder empfangen und mit dem oszilloskop mit dem kann man sich so signale anschauen wird das ganze wieder angeschaut und jetzt machen wir folgendes das drehen wir so weit auf hier an dem signal generator wie es nur möglich ist dass es noch nicht verzehrt noch kein clipping da ist clipping bedeutet wenn wir uns hier meine sinuswelle anschauen die sinuswelle ist ja ja schön mit kurven in anführungsstrichen die kurven müssen da sein und das hier ist nicht okay das clipping drin ja wir haben wir gehen hier bis zum gewaltbereich hoch dann kann das nicht mehr verstärken dann haben wir eine gerade linie wirklich wie so ein strich das ist dann verzerrung das ist dann wenn man sprache überträgt und kratzt und verzerrt und hier sehen wir auch die negative halbwelle auch die hat clipping das ist nicht in ordnung hier haben wir eine sinuswelle so muss es sein natürlich handgezeichnet ist natürlich so eine geschichte aber ihr seht schon wir haben hier oben diese kurve und hier unten diese kurve so muss das ganze sein so ihr erinnert euch dass ich vorher diesen selbstbausender gezeigt habe ja moment der selbstbausender ist hier zu sehen und dieser selbstbausender einer von vielen die ich über die jahre gebaut habe den habe ich damals explizit für diesen sender gebaut der klingt sehr gut der geht sehr laut der funktioniert so wie er funktionieren soll ist ja auch nicht wirklich was besonderes und so eine ähnliche schaltung sehr ähnlich nicht hundertprozentig ähnlich oder war das sogar ja es ist jedenfalls eine schaltung die dieser schaltung sehr ähnlich ist diese schaltung habe ich verwendet und habe sie dann eben getestet und da habe ich dann mein sinusgenerator angeschlossen und das ist meine sogenannte revpunkt revpunkt steht für referenz das heißt das ist mein vergleichspegel ich habe das so eingestellt am oszilloskop hier ist der oszilloskopscreen ihr kennt das ja mit diesen kästchen und dann haben wir diesen grünen strahl oder je nachdem was für ein hersteller ist es auch mal blau aber wie sage ich mal den grünen strahl und das ist unser oszilloskopsignal bzw das signal vom sender so sieht das aus wir haben hier oben eine schöne welle und wir haben hier unten schöne welle und hier ist quasi die mitte hier ist die mitte und wir sehen es geht 1 2 3 4 das ist das maximale also ich habe so gemacht dass der bildschirm ganz voll ist es geht vier kästchen nach oben und vier kästchen nach unten so muss das sein das ist mein selbstbausender den habe ich so laut eingestellt dann habe ich das so gelassen den radio und das oszilloskop das ist wichtig da nichts mehr verstellen für die messung und habe den sender genommen den 21 megahertz sender und dann habe ich hier diese messung heraus bekommen das ist der maximal mögliche pegel so laut kann ich aufdrehen bevor dieses clipping kommt bevor die es diese linien unschön werden bevor das striche werden und wenn wir jetzt mal gucken wenn wir jetzt mal einen vergleich haben hier zwischen meinem selbstbausender den wir hier sehen wir sehen dass das hier bis ganz hoch geht der geht sehr laut und hier der kurzwein sender den ich geschenkt bekommen habe der geht nur sehr leise ich kann ihn sehr laut aufdrehen aber wie gesagt dann macht er oben die striche und wenn ich das in der musik drin habe oder in der sprache dann kratzt das dann zerrt das dann ist es ein geräusch das nicht anhörbar ist das will man sich nicht anhören dass es nicht toll gut dieses sender sieht man hier schon im vergleich aber es gibt natürlich modifikation und das ist jetzt der bereich schaltungsanalyse da muss ich mein tolles zettelchen wiederholen schauen wir uns erst mal den ganzen sender als gesamtbild an schon wieder ist es sehr spät dass es echt einfach nur krass wie schnell die zeit vergeht ich würde gerne eine stunde langes video hochladen aber die bedingungen die man erfüllen muss das sieht man nicht schaltungsanalyse gesamt soll das eigentlich heißen die bedingungen die man erfüllen muss dass man ein ganzes video hochladen muss und hat irgendwie schon wieder ein bisschen ich meine ich bin so lange auf youtube das sollte doch eigentlich kommen ja gut du bist schon so lange hier komm jetzt lad dein video hoch aber die sind auf ihren nummer die wollen die man die nummer haben und die gibt es halt nicht okay also schaltungsanalyse gesamt kommt jetzt und in der schaltungsanalyse gesamt schauen wir uns mal den gesamten sender an der gesamte sender ist wenn ich den schauplan finde ah da ist er dort gut der sender ist in zwei hälften aufgebaut deswegen habe ich hier auch eine lücke gemacht wir haben zum einen den modulator teil das ist so ein typischer audio verstärker und zum anderen den sender teil der besteht aus dem quarzoszillator und im klasse c hf verstärker und dann kommt halt der oberwellenfilter den wir ja schon gesehen haben wie effizienter ist und ja das ist halt der sender und dieser sender ist so dass ich hier eine modulationstrafo nutzt das ist dieses so trafoteil hier das ist der modulationstrafo und es funktioniert eigentlich nach einer sehr alten technik die geben hier die verstärkte nf rein hier kommt sie raus und überlagert sich damit der gleichspannung von dem sender und dadurch wird das ganze arm modelliert ist in der theorie eine schöne sache in der praxis haben sie es aber nicht so gut gelöst was mir aufgefallen ist am oszilloskop wenn ich die lautstärke schnell hochgedreht habe hier in dem lautstärke potty wenn ich die schnell hochdrehe ganz schnell aufdrehe dann habe ich erst ein überschwinger dann geht aber gleich zurück und das ist das hier wenn wir mal schauen hier ist die versorgungsspannung und dann kommt ein widerstand der begrenzt also die leistung die der verstärker machen kann und es hat folgenden grund die versorgungsspannung des senders kommt ja auch über diesen trafo und das haben sie wahrscheinlich deswegen eingebaut dass wenn hier zu viel audio kommt kommt es ja auch hier zurück dass es sich nicht aufschwingt das ist einfach nur ein schutz dass es nicht aufschwingt dass es kein motorboating hat und so weiter aber leider ich mag wirklich nicht lästern hier aber die schaltung ist leider von sehr vielen fehlern geplagt das eine ist dass dieser audio trafo meinen messungen nach ein eins zu eins trafo ist ich habe sowohl den gleichstromwiderstand gemessen als auch ein wechselstrom signal eingespeist und geschaut wie stark das verstärkt wird eins zu eins dadurch müsste der verstärker sehr sehr viel leistung in diesen trafo rein schicken dass das gescheit moduliert wird machte aber nicht natürlich kann ich hier aufdrehen aber da kommt wieder das clipping dann verzehrt es wieder man müsste ein trafo anbauen der 1 zu 4 oder 1 zu 8 eine sehr hohe übersetzung hat denn dann wird die wechselspannung die hier eingespeist wird auf der anderen seite erhöht und dadurch habe ich einen höheren modulationsgrad das zweite was ich ein bisschen komisch finde an der schaltung ist dass sie diese dieses dieses elko system ja anstatt einen großen elko zu nehmen haben sie ganz viele kleine elkos was das bringt vielleicht wollten sie den es eher runter bekommen ich weiß es nicht da die zeit schon wieder mal davon läuft muss ich mich ein bisschen schicken und muss jetzt ein bisschen alles ein bisschen abkürzen als nächstes schauen wir uns mal den hf teil an das eine wäre eigentlich nf gewesen was ich da erklärt habe dass wir eigentlich h nf gewesen also schaltungsanalyse analyse schaltungsanalyse hf der hf teil im hf teil fällt mir auf dass er auch den oszillator moduliert hier ist ja die versorgungsspannung die über den trafo kommt und der oszillator wird auch moduliert was bei einer klasse c endstufe sehr wenig sinn macht man kann eine klasse c endstufe in einem gewissen linearen bereich fahren kann kann ein modelliertes signal verstärken das habe ich selber ausprobiert das funktioniert tatsächlich aber dann haben wir nur sehr wenig leistung und die haben ja 100 milliwatt was nicht gerade wenig ist also es macht keinen sinn den oszillator zu modellieren interessanterweise habe ich selber versuche gemacht und die schaltung umgebaut als wie gesagt sehr viel zeit reingesteckt habe den oszillator direkt auf plus gelötet und nur die endstufe modellieren wollen hat funktioniert hat aber fast keine leistung gebracht das ist schon sehr komisch und dann haben wir noch das mit den oberwellen ein einfacher trick wenn ihr eine teleskopantele nutzt ist anstatt diese filterschaltung die ihr drin habt baut einfach einen pi filter ein kondensator auf masse spule und trimmer und wir können das so gut einstellen ich habe das auch gemacht habe aber die messungen nicht mehr oder müsst sie sehr aufwendig nachgucken die oberwellen wurden dadurch sehr gut unterdrückt das ist das eine dann haben wir noch schaltungsanalyse nf wie spät 11 16 auf der minuten uhr ja die zeit läuft und läuft und hat sehr eilig momentan okay schaltungsanalyse des nf teils wo soll ich anfangen das erste was ich gemacht habe ist bei dem potty hier jetzt finde ich natürlich das teil wieder nicht hier hier bei dem kondensator ein elektrolyk kondensator parallel das ist ein 20 nf kerko hier ein elektrolyk kondensator parallel leistung auf gering eingestellt dann geht der sender richtig gut wenn man die leistung ganz gering einstellt auf das schwächste hier einen kondensator parallel schalter ein elko hat er wirklich einen verhältnismäßig guten sound und auch eine relativ gute modulationsstärke aus welchen gründen auch immer sie denn eingespart haben ich weiß es nicht und auch diese konstruktion mit dem potty hier ein kleines potty bei der leistungsendstufe das direkt die endstufe steuert nicht indirekt über den transistoren direkt ist mehr als fragwürdig so ich muss jetzt wie gesagt ein bisschen was vorweg nehmen weil eben die zeit schon wieder davon läuft da habe ich jetzt meine grafik also so habe ich das quasi dann umgebaut dann hat es lauter war die übertragung lauter ich habe quasi diesen kondensator hier durch einen elko ergänzt dann habe ich das habe ich aber jetzt nicht hier ich habe das nur gemacht ich habe dann den 1 zu 4 nf übertrager auch eingebaut was für eine überraschung es wird lauter aber natürlich geht auch die sendeleistung zurück und abschließend habe ich das ganze komplett geändert habe den ganzen teil hier vorne rausgeschmissen und habe einfach als modulator eine zwei transistorschaltung gebaut so eine typische erst haben wir eine emitter schaltung dann haben wir eine kollektor schaltung und siehe da ich habe zwar deutlich weniger leistung vielleicht noch 30 milliwatt ich weiß es nicht ich habe es nicht gemessen aber wir haben jetzt eine richtig gute laute brauchbare modulation also der ganze kram hier vorne ist wieder theoretisch funktioniert das praktisch und ich denke bei der schaltung hier könnten wir auch einiges noch an leistung rausholen wenn wir diese widerstände die hier zur leistungsbegrenzung eingebaut sind einfach komplett raus tun so ja das war es jetzt zum schnelldurchlauf zu dem sender ja was soll ich sagen den sender haben wir jetzt analysiert und getestet jetzt kommt mein mein fazit wenn ich es finde ja das ist runtergefallen da am kommentar der kommentar ist folgender ich kann verstehen und auch nicht so ganz nachvollziehen warum solche schaltungen so eine popularität haben und verkauft haben das 21 mhz quads ist übrigens nicht ganz genau auf 21 mhz schwingt hier kann man das ganze justieren habe ich noch vergessen zu erklären dass wir eigentlich noch hf hier kann man den justieren auf besten klang der verschiebt aber auch die frequenz ein bisschen und der hier justieren bringt fast gar nichts erwartungsgemäß ja ich weiß nicht warum man auf 21 mhz will mal davon abgesehen dass es ein amateurfunkband ist wo ich zumindest in deutschland davon ausgeht dass am da nicht erlaubt ist ist es weiterhin auch so dass sehr wenige radios das überhaupt empfangen können natürlich aufwendige welt empfänger empfangen das aber einfache welt empfänger empfangen das nicht dann haben sie hier das alles schon schön vorbereitet für den gehäuse einbau wenn man sich auch mal die abstände anschaut wenn man das in ein gehäuse einbauen würde dann würde dieser lautstärkeregel hier fast gar nicht aus dem gehäuse rausschauen die hätten sie viel weiter vorne dass sie hier nach vorne absteht positionieren müssen ansonsten die schaltung funktioniert aber ihr seht ja selber die oberwellen sind unbrauchbar die modulationsqualität ist okay aber du kannst kaum modulationsgrad fahren es ist so ein ding was funktioniert das interessante ist ich habe rausgefunden die schreiben selber irgendwas von 45 prozent ob das modulationsgrad ist weiß ich nicht aber da steht was von 45 prozent und ich schätze mal das ist die angabe wie laut ist im vergleich zu 100 prozent oder was auch immer ja er funktioniert aber ja ich würde sehr viel daran ändern und ich würde in dieser form den bausatz so nicht anbieten da ich angst vor den oberwellenproblemen hätte und auch der klang die modulationsqualität mit so einem geringen hub nicht so toll ist das war die review von dem kurzmann sender vielen dank fürs zuschauen beste grüße stefan